Meine Damen und Herren, der Mann, der jetzt kommt, hat zurzeit 84 Theaterstücke parallel im Kopf, spielt mehr oder weniger die gesamte Weltliteratur im Burgtheater aus der Hüfte runter und er macht heimische Film- und TV-Produktionen erst zum Erfolg. Wir alle haben ihn lieben gelernt als dauerbetrunkenen Diskothekenbesitzer in Braunschlag. Hier ist der unfassbare Niki Ovzarek! Der Ovzarek! Lieber Niki, darf ich dir was zu finden anbieten? Ich muss hier wirklich, um gleich beim Thema Braunschlag zu bleiben, es gab ja für mich eigentlich immer nur Harald Junke, der den Betrunkenen dann ernsthaft, also auch als er nüchtern war, hervorragend spielen konnte. Ja, ich erinnere an den Film der Trinker mit Harald Junke und du bist dann gekommen und hast dem Ganzen nochmal eine neue Dimension gegeben. So authentisch, und ich kenne diese Situationen, hat es für mich noch nie jemand dargestellt. Hat es dir geholfen, dass deine Mutter Iren ist und man sagt ja, Iren sind durchgehend betrunken? Ja, meine Mutter ist selten betrunken, wenn, ist es wirklich sehr amüsant. Die trinkt dann so einen Schluck und singt. Das, was schon sehr bemerkenswert war bei Braunschlag, war ja nicht nur die Darstellung des Betrunkenen meisterhaft gemacht, sondern auch dieser extreme Mut zur Hässlichkeit auf dem Plakat, sieht man deinen Bauch und den Bauch von Palfrada. Ist die Kamera jetzt auf meinem Bauch? Wahrscheinlich. Nein, ich war der, ich sag doch nichts mit deinem schönen Bauch. Nein, es war mir klar, dass das kommt. Was Rissemann unterschätzt ist, glaube ich, dass man im Zuge einer Schauspielausbildung einen anderen Körperumgang lernt, als du ihn zum Beispiel hast. Was heißt das? In unserem Kabarettprogramm komme ich mit Windel raus. Ja, ja, schon. Das ist ein Wahnsinn, was du sagst. Aber du bist der Erste, der sagt, wenn wir Dreharbeiten haben, nein, ohne Hemdge mache ich nichts, mit freiem Oberkörper sicher nicht, ich bin zu dick. Das war die Frage. Ja, aber das wollte ich ja gerade sagen, also da habe ich, glaube ich, das Gefühl, dass, wenn du so eine Schauspielausbildung machst, was ich so weiß, ist, du arbeitest halt viel mit deinem Körper dort irgendwie und du lernst es dann, dass alle um dich herum nackt sind und ich kenne auch überwiegend dicke Schauspieler eigentlich nur und die sind das ganz, für die ist das ganz normal, dass sie sich so dick aneinander nackt küschen. Wieso kennst du überwiegend dicke Schauspieler? Ich kenne viele dicke Schauspieler. Wie viele dicke Schauspieler kennst du im Vergleich zu den ganz normal schlanken Schauspielern? Die sind auch natürlich in der Minderzahl. Ich kenne eine ganze Reihe von dicken Schauspielern. Wer? Denicke oft zerreckt. Du, darf ich dich was fragen? Darf ich dich fragen, in Salzburg bei den Festspielen, musstest du doch tagsüber auch oft spielen, das ist doch Hochsommer dort. Hat es dort nicht in der Regel fast 60 Grad, wenn du das spielen musst? Es hatte mitunter 60 Grad und lustigerweise die Vorstellungen, die so um vier, halb fünf nachmittags waren, bei wirklich gemessenen 60 Grad, waren zwei, drei Vorstellungen, die haben ja am meisten Spaß gemacht, weil du nach ungefähr zehn Minuten so baller warst, dass du einfach gedacht hast, jetzt hast du noch eine Stunde 50, das ist nicht durchzustehen. Es ist, als ob du in die Sauna gehst. Aber das Schöne in der Sauna ist, dass in der Regel nicht Ben Becker neben einem steht, der auch noch als Tod verkleidet einem Angst macht. Jetzt hör doch mal auf, wer jetzt auch noch gegen Ben Becker... Nein, der aber als Tod verkleidet einem auch noch Angst macht, weißt du das? Ich musste sehr, also das Absurde mit Ben Becker war, den ich ja sehr mag, ähm... Ja, na, ich auch. Es ist übrigens eine typische Reaktion, ich mag Ben Becker. Ja. Ja. Genau, man denkt, das ist das letzte Erlebnis mit ihm. Ich muss ja über... Nein, ich muss ja über Ben Becker sehr lachen. Also, wenn der neben dir steht und sagt, komm mit mir, ich bin ja tot, da musst du lachen. Ja, aber das hast du dir verkniffen auf der Bühne. Nicht immer. Aber bist du eigentlich froh, dass es drei Jahre gemacht ist? Bist du froh, dass es vorbei ist? Ja. Jedermann? Ja. Aber worauf kann ich gewonnen freuen? Stimmt das Zitat eigentlich, Entschuldige, stimmt das Zitat, vom Theater habe ich die Schnauze voll von dir? Hast du das tatsächlich gesagt? Irgendwann sicher, ich kann mich nicht dran erinnern, aber das habe ich sicher mal gesagt. Aber entspricht es der Wahrheit? Vom Theater habe ich die Schnauze voll, äh, habe ich anders gesagt, wenn... Wo hast du es gelesen, Christoph? Hier. Dann muss es stimmen. Ja, nein, das... Dann stimmt das, dann stimmt das. Das sind die, äh, Redakteure geben mir das. Ja, ich habe das sicher mal gesagt. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich es öffentlich gesagt habe. Aber, ja, sicher. Das heißt, ich habe dich ja immer so eingeschätzt, dass du Ausflüge ins Fernsehen eher so aus Lust und Tollerei machst und dass deine wahre Leidenschaft schon tatsächlich im Theater gilt. Also die Sachen, die du beim Staatskünstler machst, wo du deine komödiantische Seite ja aufs allerköniglichste rauslassen kannst, das kann man ja im Burgtheater so in der Form wahrscheinlich nicht machen. Leider. Ja. Ja. Was ist die Frage? Die Frage ist, interessiert dich das, also die meisterhaften Darstellungen von Niko Pelinka? Darf ich dich nur mal bitten, den Mund von Niko Pelinka? Nein. Äh, nicht? Nein. Warum? Mach mal ein Gesicht. Mach mal ein Gesicht. Ja, was für eins. Na, mach mal, Niko Pelinka, mach mal. Ja, kann ich ja nicht. Ja, eben. Ja, das war irgendwie, du hast es so... Nein. Ich kann es versuchen. Nein, du musst, pass auf, also Niko Pelinka ist nicht schwer. Ja, dann mach es doch mal. Darf ich mal? Macht sie es beide? Es ist ganz einfach. Ihr schiebt das Unterkiefer wirklich massiv vor. Ohne Unterliefer, ohne die Unter... Einfach. Und dann lächelt. Ist jetzt tatsächlich keine große schauspielerische Leistung. Du machst einfach... Aber die Wirkung ist groß. Ja, und da ist, der Niko ist schon da. Und, äh... Oh, da ist ja ein Glas Weißweiß. Da nehme ich jetzt einen Schluck. Hast du den Herrn Pelinka eigentlich getroffen jemals? Und hat er auf das reagiert? Ah, jetzt kann man das endlich mal aufklären. Ja, ich habe Herrn Pelinka einmal... Er meint anderes. Ich habe ihn einmal zufällig getroffen. Wirklich zufällig. Lustigerweise so ungefähr sechs, sieben Wochen vor... Bevor wir das das erste Mal aufgenommen haben. Habe davor schon von ihm gehört. Den muss ich doch mal anschauen. Wann es denn jemals kennenlernen, schau da noch. Ich habe ihn kennengelernt. Lustigerweise illuminiert. Also ich war leicht illuminiert. Und habe mir kurz angeschaut. Das war es auch schon. Und, ähm... Es gibt ja über den Herrn Pelinka ziemlich wenig im Internet zu sehen. Ja, gar nichts. Ich habe das auch versucht. Auf YouTube nicht. Ganz wenig. Einmal geht er hinten so als... Geht er vorbei. Aber sozusagen sprechend nichts. Nichts. Und, äh... Und, äh... Ich konnte mir auch aufgrund des Gesprächs, weil ich ziemlich illuminiert war, äh... Wenig auf... Da hatte ich wenig Aufschlüsse. Äh... Und danach habe ich ihn aber... Habe ich ihn mehrmals getroffen. Warum hast du das gemacht? Ach, dann wirklich? Mit Unverschämtheit. Wirklich so? Ja. Nein, aber ich will das jetzt nicht öffentlich. Aber ist interessant. Auf der anderen Seite muss man sagen, er hat ja recht. Es war zwar königlich gespielt, aber er wurde natürlich der Lächerlichkeit preisgegeben. Fand ich gar nicht. Fandst du nicht? Nein, das muss man natürlich... Nein, man muss wirklich sein, ein hochintelligenter Bursch. Ja. Du spielst zur Zeit, apropos hochintelligenter Bursch, du spielst in einer Komödie, die am 21. Dezember, also am Weltuntergang, in den Kinos kommt, der Film heißt Jesus liebt mich, es wird also keiner von uns den Film mehr sehen können, darum bin ich froh, dass wir einen Ausschnitt hier haben. Und Niki Hoftarek spielt einen Satan. Genau. Einen Satan, ja. Schauen wir uns den Satan kurz mal an. Jesus liebt mich mit Niki Hoftarek als Satan. Kannst du uns kurz erklären, worum es in diesem Film geht? Der Satan wird hier als Landstreicher gezeigt. Also, Satan ist irgendwie so, Satan, warum ist er Landstreicher? Satan lebt seit Tausenden von Jahren auf der Erde und ist sehr verzweifelt und verkommt zum Landstreicher, weil er nichts mehr zu tun hat. Ja. Die Menschen machen es selber. Wunderbarer Film, 21.12. ist Premiere in Wien. Na, im ganzen Sinne, ich glaube, das ist ein guter Film. Ja, ich habe ihn ja noch nicht gesehen, aber das Drehbuch war gut. Der Ausschnitt wirkt gut. Der Ausschnitt wirkt, also man kann ja auf sich selber keine Ausstrahlung haben. Die Frage ist, ob die Filmfirma jetzt den besten Ausschnitt hergeschickt hat oder den schlechtesten. Wenn es das Schlechteste war, ist der Film fantastisch. Wenn es der Beste war, ist er auch okay. Wie war das eigentlich bei der Szene, wo Niederpoldi einen runterholt in Braunschlag? Die wurde geschnitten. Ich will nicht sagen, die wurde beschnitten. Nein, die wurde geschnitten. Warum? Die dauert ja länger. Alles klar. Nein, lass uns. Nein, lass uns drüber reden. Ja, bitte darum. Bitte, ja. Die Szene dauert eigentlich länger. Laut Buch oder wie sich sie entwickelt hat? Nein, nein, auch wie wir sie geschnitten haben. Sie wurde ja wirklich geschnitten. Ja, nochmal. Am wunden Punkt, sozusagen. Darf ich was fragen? Hattest du unter der Hose noch eine andere Hose an? Oder musste sie wirklich dein Gemächt anfassen? Das sieht man ja nicht. Ich frage, deswegen frage ich dich. Nein, sie musste mein Gemächt nicht anfassen. Sehr gut. Da gibt es noch eine ganz andere schöne Anekdote mit, was sie in der Hose haben. Aber uns ist allen klar, dass bald Weihnachten ist. Dass Arbeit Weihnachten ist und draußen Pater Johannes Paul wartet. Vielleicht, dass wir nur daran denken. Vergeben jetzt. Ich saß ja draußen mit ihm. Sehr cool ist. Ja, trotzdem werden die Fragen andere sein. Nein, nein, nicht notwendig. Bitte fordert Pater Johannes Paul. Nein, ich frage ihn aber nicht, ob ihn er toll ist. Was? Nein. Nein, der ist toll. Der ist viel intelligenter als wir drei zusammen. Ja. Ja, muss man sagen. Und der singt besser.